Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich war gerade frühstücken und bin jetzt wieder zurück im Bungalow. Hat mich gerade umgezogen, Badehose und alles am Start. Wir gehen nämlich jetzt tuben auf so einem alten Autoreifen. Und ich switch jetzt mal zur GoPro. Wir haben uns Tubes ausgeliehen und aus diesem Bier geholt. Der Boden ist ganz schön heiß. Ich laufe ohne Flipflops rum. Keine gute Idee. Jetzt gehen wir ins Wasser und gehen ein bisschen tuben. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja? Ring swing! Ring swing! Yoo-hoo! Beatsmung! RPM Trick gew Ich bin ihr按emachen. Wie ihr hört, sind wir jetzt bei einem Inder, da haben wir uns gerade Essen bestellt. Curry läuft. Schaut euch mal unser Essen an. So, so lecker. Chicken Curry und ein Roti mit Knoblauch. Nice. Ich habe es mal wieder nicht geschafft, den Vlog von gestern zu beenden. Ich war auch mal wieder extrem fertig, nachdem wir die ganze Zeit von der Ropeswing da hinten gesprungen sind und von dem Café. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ja, und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.